Mein Name ist Matthias Büttner und ich bin mehrfacher Unternehmer, ich bin auch Erfinder und ich schreibe sehr gerne. Ich schreibe sehr gerne mit der Hand, aber ich schreibe auch das eine oder andere Buch. Ich habe mir vor ein paar Jahren einen Traum erfüllt und habe mir ein Baumhaus gebaut. So richtig schönes Baumhaus in einer Eiche, auch nur aus Eiche, habe ich alles selbst gemacht. Das ist ein richtiges Tiny Baumhaus und hier habe ich jetzt einen Ort gefunden, an dem ich so richtig zur Ruhe komme und über verschiedene Sachen nachdenken kann. Und das ist auch ein Punkt, was ich jedem empfehlen kann. Also man braucht einen Ort, wo man man selbst sein kann, wo man zur Ruhe kommen kann. Und das ist für mich das Baumhaus. Und hier komme ich auf verschiedene Ideen und das sind Impulse, die euch vielleicht weiterhelfen auf eurem Weg. Denn man muss ja immer dazu lernen und immer schlauer werden, sodass man am Ende immer selbstbewusster, immer souveräner wird und dass man sich am Ende wohlfühlt. Darum geht es letzten Endes. Und hier im Baumhaus habe ich immer so die einen oder anderen Gedanken, die ich gern mit euch teilen möchte. Das sind so Impulse, so kurze Sachen, wo ihr vielleicht sagt, hm, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Denke ich mal drüber nach und dann am Ende, hm, ich habe jetzt drüber nachgedacht und es hat mich ein Stückchen weitergebracht. Wenn euch das interessiert, dann abonniert den Kanal. Vielleicht könnt ihr die eine oder andere Idee, den einen oder anderen Impuls aus meinen letzten 40 Jahren mitnehmen. Und hier in der nächsten Mal. Ich bin ein Stückchen. 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 Ich bin ein Stückchen.